Europa in der Hansestadt Hamburg. Unser Thema heute, soziale Inklusion für Geflüchtete und Zugewanderte. Mehr als 29.000 Menschen sollen in der Förderperiode bis 2027 in Hamburg vom ESF Plus und seinen Maßnahmen profitieren. Und wir erklären in diesem Podcast, was dieser ESF Plus eigentlich ist, um wie viel Geld geht es und vor allem, wie wird es verwendet? Wer hat was davon? Was bewirkt ESF Plus in Hamburg? Wir sind inzwischen in der dritten Staffel und damit Moin und herzlich willkommen. Ich bin Anke Hanack. Ja, dieser Europäische Sozialfonds ist das Instrument, mit dem die Europäische Union Bildung, Beschäftigung und soziale Integration in Europa fördert. Und das für verschiedene Zielgruppen. Und über zwei möchte ich jetzt sprechen mit zwei, es heißt ja neudeutsch Gästinnen, ein neues Wort, die zu uns gekommen sind in unser kleines Pop-Up-Podcast-Studio in der Hamburger Sozialbehörde. Und zwar begrüße ich einmal Dr. Ann-Kathrin Franziska, grüße Sie herzlich vom FLAX in Altona. Hallo. Moin. Und Franziska Voges von der Passage, eine gemeinnützige GmbH, die wir in diesem Podcast auch schon kennengelernt haben. Ich grüße Sie, Frau Voges. Hallo, guten Tag. Jetzt versuchen wir, Ihre beiden Projekte in dieser einen Folge abzubilden. Und ich will gerne versuchen, die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und auch die Unterschiede. Deshalb würde ich gerne wirklich ganz easy einsteigen und fragen, Frau Franziska, Ihr Projekt Wege in Arbeit für zugewanderte Frauen, abgekürzt WIA. An wen wendet sich das? Wer ist Ihre Zielgruppe? Ganz genau. Ja, wie der Name sagt, zugewanderte Frauen. Dabei geht es ganz viel um Frauen, die eben ja auch nicht das deutsche Bildungssystem durchlaufen haben. Und hört man ja auch öfter mal, dass es gerade, wenn man seinen Schulabschluss oder einen Bildungsabschluss in einem anderen Land gemacht hat, geht es ganz viel um Anerkennung von Abschlüssen bei den Frauen, die zu uns kommen, bei der einen Gruppe. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe von Frauen, die in ihrem Heimatland wenig an Bildung teilnehmen konnten. Die haben natürlich andere Bedürfnisse. Die haben dann keine Anerkennungsprobleme, sondern eher die Frage, wie kann ich mich qualifizieren? Bei allen ist die Frage, wie kann ich Deutsch lernen? Also ganz spannender Blumenstrauß von ganz unterschiedlichen Frauen, die aber alle irgendwie eint, dass sie so einen gewissen Rums haben und was wollen auch. Rums ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang, finde ich. Also eine hohe Motivation dann auch jeweils für die eigene Lebensgestaltung sozusagen. Ja, auch das tatsächlich das Berufsleben selbst in die Hand zu nehmen und auch am Berufsleben teilnehmen zu wollen, das tun manche von denen schon, aber längst auch noch nicht alle. Frau Vogels, und Sie sind hier für das Projekt auf gutem Grund, Untertitelbildung und Beruf am Fluchtort und Flucht, in dem Fall in Großbuchstaben geschrieben. An wen wendet sich Ihr Projekt? Ja, das Projekt richtet sich an Geflüchtete, die hier leben, die sozusagen sich kennzeichnen durch zwei Gemeinsamkeiten. Das eine ist, dass ihr Aufenthalt noch nicht gesichert ist in Deutschland beziehungsweise in Hamburg. Also sie leben hier meistens mit einer Duldung oder einer Aufenthaltsgestattung. Und sie haben Grundbildungsbedarfe und das eben aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also einige wurden ja schon von Frau Franziska genannt. Also es gibt durchaus da auch Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Aber andere sind eben natürlich auch sehr stark fluchtbedingt und sehr stark auch bedingt durch die Lebenssituation hier in Deutschland. Das heißt also, auch weil eben die Personen nur in Teilen Zugang haben zu Förderungen oder auch zu wenig Kenntnisse haben, einfach über die Förderlandschaft und die Möglichkeiten, die sie hier haben, sich weiterzubilden oder überhaupt mit der Bildung zu beginnen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, kann ich mir gut vorstellen, dass sie gerade in den vergangenen Monaten wirklich nochmal vor neue Herausforderungen gestellt wurden. Ich glaube, die Statistik sagt, für 22 ungefähr 50.000 geflüchtete Menschen aus die Hamburg erreicht haben, davon alleine über 40.000, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Spielt das schon eine Rolle auch in Ihrem Projekt oder ist das was, was zeitversetzt erst passiert? Also bei uns kommt das auf jeden Fall enorm zeitversetzt an, einfach durch die Tatsache, dass die Ukrainerinnen, die hierher geflohen sind, also die wirklich auch die Staatsangehörigkeit der Ukraine haben, ja im Vergleich zu anderen Gruppen privilegiert sind, was ihre Aufenthaltssituation angeht. Also die haben diesen begrünten und erstmalig angewendeten Paragraf 24. Und damit den vollen Zugang zur Regelförderung, gehören also nicht zu unserer Zielgruppe. Und wer aber ja auch geflohen ist aus der Ukraine, das sind eben Drittstaatsangehörige, die zu dem Zeitpunkt eben aus Gründen, weil sie dort studiert haben, weil sie gearbeitet haben oder aus anderen Gründen sich in der Ukraine befunden haben. Und davon sind eben einige auch natürlich nach Hamburg geflohen. Die haben dann erstmal über so eine besondere Regelung eben sechs Monate hier bleiben können mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus, aber eben gekoppelt an die Notwendigkeit, dann eben die eigentlichen Zwecke, die sie früher in der Ukraine verfolgt haben, zum Beispiel Studium und so weiter, auch wieder aufzugreifen. Und das kann man sich vorstellen, sechs Monate ist eine verdammt kurze Zeit, um die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme eines Studiums- oder Erstaufnahme oder und so weiter eben zu erwerben. Und das heißt, diese Menschen fallen jetzt zusehend aus diesem Aufenthaltsstatus raus. Und jetzt tauchen da eben auch natürlich Fälle bei uns auf, wo es darum geht, gibt es Alternativen? Wenn ja, welche? Und was muss die Person dafür tun? Frau Franziska, gerade weil wir die Ukrainerinnen angesprochen haben, ist das eine Zielgruppe, die bei Ihnen schon tatsächlich angekommen ist im Flachs? Denn wir wissen inzwischen, dass manche schon entschieden haben, lieber hier zu bleiben oder zumindest länger zu bleiben, als es ursprünglich die Motivation war. Viele haben am Anfang gesagt, wir wollen nur so lange bleiben wie unbedingt nötig und schnell zurück. Alle haben auf ein schnelles Ende des Krieges gehofft. Und jetzt zeichnet sich ein Jahr später und wir zeichnen auf Anfang März 2023 ab, dass es leider kein sehr schnelles Ende des Krieges geben wird. Also viele Frauen werden bleiben. Das heißt, viele von denen werden Sie kennenlernen wahrscheinlich? Vielleicht, also wird sich zeigen. Genau, also wenn, dann kommt es auch bei uns zeitversetzt. Wir haben uns neulich gerade nochmal darüber unterhalten, gerade auch in dem Projekt VIA und hatten den Eindruck, dass viele der Ukrainerinnen, die jetzt herkommen, erstmal nicht so dieses Arbeitsmarktthema haben, weil ganz viele ihren Arbeitsplatz in der Ukraine haben und von hier aus einfach remote dort arbeiten können sozusagen. Und das deckt sich natürlich auch mit diesem Gefühl, ich möchte eigentlich zurück. Und die behalten ihren Job da. Es sind tatsächlich also relativ wenige, die sich in diesem Projekt finden. Und auch sonst sind die, glaube ich, oft anders organisiert. Also unsere Tür steht natürlich offen und es kommen auch welche. Aber gerade in dem VIA-Projekt waren es ganz wenige bisher. Dann sprechen wir über die, die da sind und die durch Sie befähigt werden und ja, also tatsächlich auf den Weg gebracht werden, denen Sie Hilfe anbieten, um in Bildung, in Beschäftigung zu kommen. Welche Angebote unterbreiten Sie konkret? Also, was mir gerade auffiel, was Sie erzählt haben, Frau Vogels, das auch erstmal zurechtzukommen mit, wie läuft eigentlich Arbeitsmarkt in Deutschland? Also da gibt es in dem Projekt einen Kurs, wo man so als Deutsche erstmal denkt, okay, was will man denn da erzählen? Aber da heißt der Kurs über die Arbeit und erklärt tatsächlich erstmal, wie funktioniert das eigentlich? Was wollen eigentlich deutsche Arbeitgeber? Worauf achten die? Wie funktioniert das Bildungssystem? Wie funktioniert auch Arbeit als solches dann? Also welche Versicherungen hat man damit, wenn man arbeitet? Welche Rechte und Pflichten kommen, ja klar. Genau und so weiter. Das wird tatsächlich sehr gut angenommen. Dann wird sehr gut angenommen, ein PC-Kurs, um dass die Frauen sich wirklich da nochmal fit machen. Und einige vermitteln wir natürlich auch tatsächlich in Deutschkurse, in Integrationskurse nochmal, wenn einfach klar ist, die brauchen da nochmal so einen Schubs. Und dann kommen aber eben auch durchaus nicht nur Frauen, die geflüchtet sind, sondern, also mit der einen habe ich neulich gesprochen, die sagte, nee, nee, ich bin einfach umgezogen. So banal es manchmal klingt, aber ja, was kommt mit Herausforderungen natürlich. Genau, ich glaube der Liebe wegen und so, aber dann, die steht natürlich vor den gleichen Baustellen irgendwie, ne, einen Abschluss anerkennen zu lassen. Solche Frauen haben natürlich Papiere und können die anerkennen lassen. Bei geflüchteten Frauen kommt eben oft dazu, dass sie auch vielleicht nicht ihren ganzen Ordner mit sämtlichen Abschlüssen mitgenommen haben. Verständlicherweise. Genau, verständlicherweise. Und tatsächlich kommen auch manchmal Frauen dann, die Ratschläge bekommen haben, wie sie sollen doch im Iran mal nachfragen, ob man ihnen das Zeugnis nachschicken könnte oder so. Und da können unsere Beraterinnen dann auch nochmal vielleicht mit dem Jobcenter sprechen, dass es vielleicht andere Wege geben muss, die Qualifikation nachzugeben. Und sagen, wir hätten hier mal eine Postadresse, ja, das, okay, also ohne ein Bashing betreiben zu wollen, aber klar, es gibt Formvorschriften, die sollen immer erfüllt sein, aber manchmal muss man, glaube ich, ein bisschen flexibel sein und gucken, wie kann man Voraussetzungen erfüllen, wenn sie unerfüllbar scheinen. Ja, und auch eine gewisse Kultursensibilität, die unsere Beraterinnen haben, aber die vielleicht auch nicht jeder und jede hat. Und so ein bisschen dadurch, also ich glaube, dadurch fühlen sich die Frauen bei uns auch oft gut aufgehoben einfach, dass sie mit Frauen sprechen. Und unser Haus ist ja auch nur für Frauen tatsächlich. Und unter Frauen mal darüber zu sprechen, was man so arbeiten möchte und so, tut vielen auch schon gut. Ich habe schon rausgehört, Sie bieten also Gruppenkurse an, aber Sie gucken auch auf jede Frau individuell. Also gibt es auch Einzelangebote? Das gehört zu dem Programm ganz fest dazu, ja, dass die Frauen etliche Einzelgespräche wirklich auch bekommen, wo sie Fragen stellen, Lebensläufe schreiben können, eben auch zum Beispiel solche Dinge wie Kita-Gutscheine regeln können. Also natürlich immer ein Thema. Frauen machen sich Gedanken darüber, was mit den Kindern ist, während sie arbeiten, klar. Und auch, ja, Fort- und Weiterbildungsangebote, wo dann unsere Beraterinnen wirklich auch einfach genau gucken können, was passt zu dieser Frau, denn man kann dafür gewöhnlich keine Schablone drüberlegen. Also wenn es Standard wäre, deutscher Schulabschluss, deutsche Ausbildung und man weiß, wie es geht und bewirbt sich, diese Frauen kommen natürlich nicht. Ja, genau. Frau Vogels, auch bei Ihnen ist das Angebot sozusagen auf mehrere Säulen gestellt. So würde ich es, glaube ich, am besten mal formulieren wollen. Und Sie haben einen tollen Überblick auf Ihrer Homepage auch, wo man einmal sieht, ach, okay, ach, das machen die. Würden Sie es für uns einmal erklären, für alle, die jetzt sagen, ja, ich könnte auch auf die Homepage gehen, aber ich möchte den Podcast zu Ende hören? Ja, gerne. Also wie Sie schon sagten, es ist auf mehrere Säulen gestellt. Und das heißt auch ganz konkret, diese Säulen werden auch durch mehrere Partner getragen. Also wir sind ein sogenannter Projektverbund. Drei Träger, die eben gemeinsam arbeiten, neben Passage. Also wir sind zuständig sozusagen für die Koordination des Ganzen. Und die weiteren Träger machen die sogenannte operative Arbeit, also BERECOM, jetzt seit Kürzerem auch eine GGMBH. Und Basis und Woge e.V. sind eben die Träger, die sozusagen direkt die Angebote für die Zielgruppe machen. Und da ist es, dass Projekt drei Angebotsfelder hat. Es geht eben in der Regel immer, und das ist dann so ähnlich auch bei wir wie bei wir. Also ein fester Bestandteil ist immer die Beratung, die Berufsorientierung, das Coaching. Einfach weil ganz klar ist, man kann eben, wenn man jetzt Menschen sozusagen einen Schritt weiter in Richtung Arbeitsmarkt bringen will, muss man da eben immer doch bei dieser Personengruppe sehr individuell drauf schauen, wie ist die Situation. Und man weiß einfach auch aus Erfahrung, dass in der Regel ganz schön viele Hürden und Hindernisse, sowohl persönlicher als auch nicht persönlicher Natur, im Hintergrund noch mitzubetrachten sind. Das ist also ein ganz fester Bestandteil. Und dann gibt es aber auch Qualifizierungsangebote, die eben dazu beitragen sollen, dass eben die Grundbildungsbedarfe sozusagen erstmal gesichtet werden, erstmal in bestimmten Bereichen sozusagen so eine Art Start geschaffen werden, wo dann die Leute sagen können, okay, jetzt weiß ich konkreter sozusagen, an welchen Stellen ich weiterarbeiten muss. Und ich habe auch wieder eine neue Motivation gewonnen, weiterzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig eben, also die Menschen kommen motiviert an auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben sie auch schon sehr oft sehr negative Erfahrungen gemacht mit den Versuchen sozusagen weiterzukommen. Also Stichwort sind zum zweiten oder dritten Mal durch eine Deutschprüfung fallen oder eben nicht an irgendeiner Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen zu können, weil man eben aufgrund des unsicheren Aufenthalts keine Förderung bekommt. Oder eben nicht genau wissen sozusagen, welche Voraussetzungen bestimmte Sachen einfach brauchen und dann eben mit einer gewissen Naivität eben auch bestimmte Dinge anzupacken, die dann sich sehr schnell als unrealistisch erweisen. Das sind so häufige Punkte, an denen dann Menschen auch scheitern. Und Frust schieben, um es mal ganzer Lopp zu sein. Und man muss ja einfach sagen, die Mehrheit der Menschen, die bei uns in dem Projekt sind, die leben in öffentlichen Unterkünften, die wissen nicht, wie lange sie in Deutschland bleiben können. Die haben in der Regel Familie und zwar Familie bei sich, aber auch in den Herkunftsländern. Sie sind arm, das muss man auch ganz klar benennen. Und dann, also mir ging es zum Beispiel persönlich so, als diese Corona-Zeit war, mit diesen ganzen plötzlich ja auch für die Mehrheitsgesellschaft sehr gewaltigen Unsicherheiten, die sich da aufbauten im persönlichen Leben, da dachte ich so, ja, mich eingeschlossen. Jetzt erfahren wir sozusagen das erste Mal am eigenen Leib, kriegen wir so einen Hauch einer Ahnung, was es bedeutet, wenn einfach selbstverständliche Bausteine der Alltags- und Lebensführung wegbrechen. Und man soll trotzdem arbeiten können, man soll trotzdem lernen können, man soll trotzdem Prüfungen bestehen können. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was vielleicht dann so als Gutes dabei rausgekommen ist, so eine gewisse Art Grundsensibilisierung, wie voraussetzungsvoll eigentlich unsere Leistungsfähigkeit ist hier, also in Deutschland, auf dem sehr stark ja auch Fachkräfte-Arbeitsmarkt. Was passiert ist, ist eine große Sensibilisierung, bei vielen jedenfalls zu sehen. Eieiei, und jetzt all die Herausforderungen noch zu meistern. Gleichwohl haben wir nicht an unseren Ansprüchen geschraubt und gesagt, naja, dann kann man die Prüfung auch bestehen, wenn man nur 40 Prozent erreicht hat. Also die Ansprüche sind hoch geblieben, oder? Man kann schon sagen, dass das Regelsystem und das Fördersystem hat ja durch diese mehreren Fluchtwellen, die es gegeben hat in den letzten Jahren, enorm dazugelernt. Also das ist nicht mehr vergleichbar mit dem Angebot und auch den Unterstützungsstrukturen noch vor zehn Jahren. Also das ist, aber was man ja einfach auch sagen muss, jede neue Fluchtwelle hat erstens nochmal individuelle Züge und bringt ja auch wieder neue Belastungen. Also im Augenblick ist es so eine Mischung sozusagen, wo man sagen kann, der ESF hat hier einfach das Gute, dass wir mit einer anderen Art von Flexibilität und Ressource auf Dinge reagieren können, als die Regelförderung, die eben jetzt wirklich hoch belastet und gefordert ist. Ein konkretes Beispiel, also seit dem 1. Januar wurde die Leistung für das Auszahlen der Asylbewerberleistungen wurde umgestellt von den kommunalen, also bezirklichen Grundsicherungsstellen auf die zentrale Stelle im Barkoppelstieg. Man kann sich vorstellen, wenn so ein eingespieltes System, ein bezirkliches System in ein zentrales überführt wird, dass das muss erstmal für Chaos sorgen. Das ruckelt, ja. Und dann werden eben diese Leistungen nicht ausgezahlt oder nicht fristgerecht ausgezahlt. Und für jemanden, der für wirklich jeder Cent zählt, wird das dann sehr schnell entscheidend. Und dann gerät natürlich Bildung und Berufsentwicklung wieder in den Hintergrund, weil es erstmal darum geht, wie komme ich über die Tage mit meiner Familie. Und hier sieht man einfach immer wieder, es gibt verschiedene Dinge, die einfach strukturell auch teilweise verändert werden müssen, die aber immer in der Regel erstmal wieder zu so einer Art Eruption führen und die dann auch wieder durch solche Angebote wie die unseren oder wie wir, Wege in Arbeit, besser aufgekackt und fangen werden können, weil wir einfach flexibler und sozusagen mit einem besseren oder höheren Betreuungsschlüssel auf die Menschen reagieren können und ihre Nöte, die jetzt entstehen. Ich glaube, wir kriegen eine gute Idee davon, zumindest mit welchen Herausforderungen sie zu tun haben. Mich interessiert, wie kommen die Menschen zu Ihnen oder anders gefragt, wie kommen Sie zu den Menschen? In welche Richtung funktioniert bei Ihnen die Kontaktaufnahme? Also in beide Richtungen, das ist auch notwendig. Also wir haben Angebote, die sind aufsuchend. Das heißt, wir gehen in die Unterkünfte und versuchen darüber vor allen Dingen mit dieser Vorgehensweise Menschen zu erreichen, die wirklich noch sehr isoliert sind. Und auch nicht nur zu sagen, hier sind wir und das machen wir, sondern wir machen da auch schon konkret kleine Workshops und Trainings, damit die Leute eben dann schon sehen, aha, vielleicht lohnt sich das für mich, dann irgendwann auch den Weg in die andere Richtung zu machen. Also schon mit kleinen Erfolgserlebnissen. Genau. Und das eben mit solchen Grundbildungsthemen, die erfahrungsgemäß eben natürlich auch alle unmittelbar angeht. Es geht also zum Beispiel ganz viel um sowas wie Vertragswesen und eben ganz konkret der Handyvertrag, die Versicherung, die Kontoeröffnung. Also das, wo man weiß einfach, das muss jeder bewältigen in irgendeiner Form, sonst drohen da eben auch sehr schnell diese Schuldenketten und was auch immer. Und dann arbeiten wir auch mit Sprachmittlerinnen, sodass es eben auch nicht eine Barriere gibt im Sinne von, dass die Leute schon weiter sein müssen, um das Thema wirklich auch auf Deutsch fassen zu können. So, das ist die eine Vorgehensweise. Und für die, die sozusagen schon mobiler sind und weiter, die kommen zu uns. Und da kommen sie eben in die Angebote einmal bei Basis und Woge, wo es stärker darum geht, eben Jungerwachsene und Erwachsene in Ausbildung zu bringen, alternativ in Arbeit, je nach der Situation. Und das eben durch so ein Coaching, so ein sehr intensives, und durch Vermittlung und Begleitung. Und bei Vericom sind eben dann noch sogenannte Kurztrainings im Bereich, also eben genauso wie bei wir, eben ganz wichtiges PC-Training. Weil eben vielen nicht klar ist, dass Handy und PC wirklich nicht identisch sind. Also das ist, und das hat sich natürlich nochmal unter Corona besonders gezeigt. Also das geht damit los, habe ich wirklich eine Mailadresse eingerichtet? Weiß ich, wie ich einen Anhang hochladen muss? Weiß ich, wie eben diese Dokumente, die von irgendeiner Behörde von mir gefordert sind, dass ich die so aufnehme, dass sie lesbar sind? Also, und solche Dinge sind eben dann wirklich so die Basics, und die werden in diesen Kurztrainings dann vermittelt. Es ist aber auch, Kurztrainings sind, also wir versuchen eben auch immer auf so einer Ebene zu arbeiten, wo es ganz stark auch die Menschen bei ihrer Eigenmotivation genommen werden, beziehungsweise bei ihren Blockaden. Also ein Thema, wo man immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss, weil sie nicht so ganz wissen, was das eigentlich ist. Aber wenn sie es dann machen, haben sie gemerkt den Unterschied, was vorher, nachher das berühmte, das ist zum Beispiel Prüfungsängste abbauen. Weil unheimlich viele Menschen eben schon diese Erfahrung gemacht haben. Und die gehen mit solchen Blockaden in die nächste Prüfung rein, nach dem Motto, ich fall ja sowieso wieder durch. Dass es wirklich darum geht. Also man guckt sich eben nicht an, dass man jetzt die nächste Einheit macht, eine Prüfungsvorbereitung, sondern woran liegt es eigentlich? Und dann gibt es längere Trainings, und das sind die sogenannten Lernwerkstätten. Das ist das längste Angebot, was wir haben. Und da geht es darum, quasi sehr praxisorientiert zu arbeiten. Man hat also ein gemeinsames Projekt, so ein Miniprojekt. Das ist meistens das Erstellen eines Produkts zu einem bestimmten Thema. Also wir haben angefangen mit so einer Kochbox. Und dann mussten eben diese Kochbox gebaut, befüllt werden mit verschiedenen Sachen. Und da haben die eben in Miniteams gearbeitet und haben eben neben den ganzen Softskills, die dazugehören, also wirklich als Team zusammenarbeiten, sich aufeinander verlassen müssen und so weiter. Das war alles noch unter Corona-Bedingungen ganz schön taff. So ging es eben darum, auch wirklich dann darüber, diese Grundbildung, typischen Grundbildungsthema. Ich muss eben auch mal berechnen, wie viel brauche ich denn jetzt? Wenn ich jetzt das Budget von 100 Euro habe und ich will jetzt hier irgendwie eine Marmelade kochen, was muss ich denn da jetzt berechnen? Also sowas wurde dann indirekt vermittelt. Und natürlich die ganze Zeit Deutsch immer als Hintergrundthema. Es wurde alles eben immer auch aufbereitet, sodass die Deutschsprachkenntnisse weiterentwickelt wurden. Und am Ende, ganz wichtig, sich präsentieren. Sich und sein Produkt vor Dritten präsentieren. Und das waren, also wir sind da auch in Firmen gegangen, da waren die Teilnehmer so stolz am Ende auf sich. Und die sind so motiviert da rausgegangen. Und da waren dann also einfach auch so Rückmeldungen, dass sie gesagt haben, na ja, am Anfang, ehrlich gesagt, wusste ich überhaupt nicht, was ich hier sollte. Da ist ja dann auch gar keine Deutschprüfung gewesen. Ich habe hier kein Zertifikat bekommen, sozusagen, was ich benutzen kann. Aber ich habe noch nie so viel gelernt in Deutschland wie in diesem Kurs. Und das haben sie, das ist eigentlich das, was uns so bewegt, dass es so schade ist, dass es oft diese Konkurrenz gibt. Ich muss Dinge machen, damit mein Aufenthalt gesichert ist, damit ich hier irgendwie weiterkomme in der Arbeitsmarktförderung, damit ich Arbeit finde. Und ich lerne eigentlich erst mal hier selbst zu lernen. Ich lerne einfach so das, was wir immer so sagen. Das sind die Basics. Ja, und so eine gewisse Qualität, höre ich schon raus, geht häufig leider verloren. Aber darauf legen Sie offensichtlich großen Wert, das da reinzubringen. Ich glaube, das ist ein bisschen die Idee dahinter, die Dinge mit Leben zu füllen. Frau Franziska, wie ist es bei Ihnen? Wie kommen die Frauen zu Ihnen oder Sie zu den Frauen? Wie funktioniert das? Bei VIA speziell, aber grundsätzlich bei FLAX? Bei VIA speziell kommen tatsächlich die Frauen zu uns. Also natürlich sind am Anfang Gespräche gelaufen mit KooperationspartnerInnen. Und dass die auch das Jobcenter verweist manchmal welche und sagt, da wenden Sie sich doch noch mal ans FLAX. Das FLAX ist ja ein Mehrgenerationenhaus auch. Das heißt, es gibt da wirklich sowieso auch viele Angebote. Es gibt auch eine Mütterberatung, über die viele ins Haus kommen und dann natürlich auch sehen, okay, da gibt es ja auch was zur Berufsberatung oder so. Es gibt ein kleines Café unten, sodass manche tatsächlich auch einfach kommen, um mal einen Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen. Und es gibt ein Sprachcafé zum Beispiel auch, also zum Thema Spaß auch an der Sprache und sie einfach entspannt auch mal benutzen. Wo immer irgendwie verschiedene Frauen sitzen und sich dann einfach auch mal in Ruhe unterhalten. Letzte Woche kam ich runter, da ging ein Gespräch dann los über Allergien. Also jeder kannte das deutsche Wort dafür, worauf er selber allergisch ist oder eines der Kinder. Und dann wurde den anderen erklärt, was das denn ist, eine FLAX und so. Und aus lauter verschiedenen Sprachen dieses Wort rausgesucht und so. Also ungezwungen einfach. Die waren dann neugierig darauf, was hat die andere zu erzählen so. Und dann entspannt sich so ein Gespräch. Und solche Angebote haben wir eben viele, die tatsächlich einfach sehr niedrigschwellig sind. Was wir auch anbieten, das hat auch nicht direkt mit dem WIA-Projekt zu tun, aber auch da gibt es natürlich Überschneidungen. Es ist die Möglichkeit, sich auf den ESA, den ersten Schulabschluss, früher hieß er Hauptschulabschluss, vorzubereiten. Also da wird quasi der Stoff der neunten Klasse mit Frauen geübt, die dorthin kommen. Es ist nicht so verschult, sondern tatsächlich eher eine Partnerschaft mit den Lehrerinnen, die das da auch machen und die alle auch schon an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet haben und das auch genießen mit erwachsenen Frauen, die was wollen, das zusammenzumachen. Da war der Kurs jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen kleiner. Jetzt sind wir wieder mit voller Kursgröße da gestartet. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit natürlich für die Frauen, wirklich auch aus diesem Thema rauszukommen. Wie gut spricht man eigentlich Deutsch, Anerkennung von Abschlüssen und so. Es ist dann einfach ein deutscher Schulabschluss und dann hört diese Frage reimal auf. Und auch da sind die Gruppen sehr gemischt von Frauen, die ein gewisses Bildungsniveau haben und auch von welchen, die das aus dem Heimatland so nicht mitbringen, sich selber viel beigebracht haben. Und dann kommt man natürlich auch wieder auf diese Grundbildungsthemen. Also es gibt im Moment jetzt gerade wieder einen Lesen-Schreiben-Kurs laufen. Also nicht zur Alphabetisierung, aber um das eben zu verbessern, auch im Deutschen das zu verbessern. Und auch im mathematischen Bereich gibt es so einen Kurs, wo man wirklich, also gerade wenn man natürlich nicht nur als migrierte Frau, es gibt ja auch Frauen, die im deutschen Schulsystem damit schon immer Probleme hatten oder so. Aber wo man wirklich auch nochmal diese Grundfertigkeiten auffrischen kann. Da sind wir immer, Frau Vogels, Sie haben den Begriff eben auch schon genannt, im Bereich der Grundbildung unterwegs, richtig? Also für alle, die jetzt sagen, ja, 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 das ist ein Thema, damit habe ich mich so gezielt jetzt auch noch nicht beschäftigt. Wir reden immer von Grundbildung, Bildung, Ausbildung, Fortbildung. Die Abgrenzung ist ja für Laien gar nicht so ganz einfach im Detail. Aber wir reden hier tatsächlich über Grundbildung. Also gerade dieser Mathe-Kurs, wenn dann welche Fragen haben, haben wir gesagt, das ist so Grundschulniveau. Also wirklich dieses, wie rechnet man aus, wenn man, ich weiß nicht, was das für ein Beispiel war, wie viel Gläsermarmelade oder was weiß ich was. Dass das eben einigen schwerfällt. Und manche stellen das tatsächlich auch fest, wenn sie ihre Kinder dann durch so eine klassische deutsche Schullaufbahn begleiten, was ihnen eigentlich selber auch entgangen ist. Also in dem letzten ESA-Kurs war jetzt eine Frau, die gleichzeitig mit ihren Zwillingen sozusagen den Abschluss gemacht hat. Was ich dann auch wirklich faszinierend finde, sich dann nochmal aufzuraffen, sowas zu machen. Ja, das bewegend regelrecht. Ja. Viele sind schon angesprochen, aber vielleicht noch einmal gebündelt, der Blick auf so Hürden, Hemmnisse, Schwierigkeiten in der Zielgruppe, gerade jetzt in Ihrem Fall der zugewanderten Frauen. Was, würden Sie sagen, sind so die vielleicht Top 3 der Themen, die die Frauen tatsächlich hindern oder es ihnen sehr schwer machen, an Bildung und Beschäftigung in Deutschland teilzuhaben? Nebensprache vielleicht. Also ich würde Sprache ausklammern, weil ich glaube, das Thema haben wir genug gecovert oder zumindest ausgeleuchtet einmal. Was darüber hinaus? Ja, da habe ich keine Statistik jetzt natürlich. Ne, aus dem Bauchgefühl genau. Genau, aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, ein sehr großes Thema ist tatsächlich immer die Anerkennung von Schulabschlüssen und auch die Anerkennung von akademischen Abschlüssen und auch diese Kombination daraus. Ja, also wenn eine fertig studierte Akademikerin, die im Heimatland auch schon gearbeitet hat, um die Anerkennung ihres Realschulabschlusses kämpfen muss hier, das ist einfach, ja, es ist nicht nur schwierig, sondern es ist tatsächlich dann für die Frauen auch demotivierend. Man sagt, okay, also wenn ich hier nachweisen kann, ich habe studiert, dann werde ich wohl auch zur Schule gegangen sein. Daran hängen die oft schon und da hakt es dann oft und da kann auf jeden Fall sehr gut geholfen werden. Und dann ist es tatsächlich oft auch diese Baustelle, wie funktioniert eben wirklich in Deutschland die Arbeitswelt, der Arbeitsmarkt? Warum kriegt man vielleicht auch Absagen, die man hätte vermeiden können? Und andersrum auch, das Problem haben ja Frauen sowieso häufig, dass wenn eine Stellenanzeige nicht hundertprozentig passt, dass sie sich dann nicht trauen, sich da zu bewerben. Aber gerade migrantischen Frauen, die das System auch nicht von Anfang an kennen, sozusagen da auch noch mal Mut zu machen und zu sagen, nee, bewirb dich mal, das ist nie so, dass da alles hundertprozentig passt. Und die dann auch auf so ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten, Lebensläufe schreiben, also die deutschen Standards einhalten. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich noch mal mehr ausbremst und man selber das Licht vielleicht noch ein bisschen mehr unter den Scheffel stellt und sagt, das kriege ich ja erst recht nicht hin bei solchen Sachen. Das ist ein interessanter Punkt, über den ich tatsächlich vorher noch nicht nachgedacht habe. Frau Voges, Sie haben schon erwähnt, die Unterbringungssituation ist eine große Schwierigkeit. Natürlich der Aufenthaltsstatus der Beirat Zielgruppe einfach unklar ist oft. Und was würden Sie noch sagen, ist zu subsumieren unter Hemmnisse, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die ganz besonders für Ihre Zielgruppe unique sind, wie man ja so sagt? Ja, also einiges deckt sich auf jeden Fall ja auch mit dem, was Frau Franziska schon gesagt hatte. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist eben, dass es müssen immer zwei Schienen mitgedacht werden, die teilweise ja sich sogar fast widersprechen. Das eine ist sozusagen, was will ich selbst und kann ich selbst in Bezug auf meine berufliche Perspektivplanung und was muss ich vielleicht auch machen, damit ich eben in Deutschland bleiben kann. Und was davon ist jetzt sozusagen realistisch? Und da brauchen eigentlich die meisten eine Unterstützung. Also diese Entscheidungsprozesse sind eben einfach relativ komplex. Also man kann ja, wenn der Aufenthaltsgesichert ist, dann kann man eben auch in längeren Bildungswegen denken, wo eventuell die Sicherung des Lebensunterhalts keine zentrale Rolle spielt. Wenn der Aufenthaltsgesichert ist, dann ist das aber eine ganz zentrale Komponente, die man mitdenken muss. Das heißt nicht, dass man jedem per se sagen muss, für dich ist das Studieren unrealistisch, weil du hier mit einer Duldung lebst, aber man muss es ganz anders betrachten. Eine Besonderheit in unserem Projekt ist, dass wir eben auch Menschen mit Arbeitsverbot aufnehmen können. Das ist ja eine Besonderheit für Menschen, die entweder noch sehr am Anfang des Asylverfahrens sind, dann ist es befristet, oder es eben für Menschen, die hier mit Duldung leben und wo die Ausländerbehörde, also das Amt für Migration in Hamburg, davon ausgeht, dass die Identität noch nicht ausreichend geklärt ist. Und wir können da eben beraten, dahingehend, wenn wir die Einschätzung haben, es gibt eine realistische Perspektive darauf, dass das Arbeitsverbot aufgehoben werden kann. Welche Schritte sind dafür notwendig? Weil das ist mit dem Thema Vertrauen ganz stark verbunden, weil es ist ganz klar, also mit einer Duldung ist immer klar, man wird ja nur geduldet, man lebt hier nur, weil es ein Hindernis gibt, in das Land zurückzukehren, beziehungsweise in das Land zurück abgeschoben zu werden. Das Hindernis besteht eben ganz oft auch im fehlenden Pass. Und natürlich ist dann immer die Sorge damit verbunden, wenn ich jetzt alles mache, was die Ausländerbehörde sozusagen fordert, damit meine Identität geklärt wird und ich einen Pass bekomme, ist dieses Hindernis sozusagen abgebaut und werde ich dann nicht abgeschoben sofort. Also diese Entscheidungen stehen damit eben immer im Raum. Und das sozusagen ist etwas, wo man eben drauf schauen muss, wie realistisch ist es und wie berät man auch in der Richtung. Und wir können da eben eine andere Rolle einnehmen als die Agentur für Arbeit, die ja zuständig ist sozusagen für diese Klientel unter den Geflüchteten oder eben auch die Ausländerbehörde. Ich finde, an dieser Stelle wird nochmal besonders deutlich, warum dieser ESF Plus so wirksam ist und warum auch die Zweckbindung so klug ist, zu sagen, wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt und wir gucken uns die relevanten Zielgruppen an, um in der Europäischen Union und eben in Hamburg Chancengleichheit irgendwie zumindest mal gut ins Visier zu nehmen. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, sie schnell zu erreichen, aber zu sagen, hier sind Millionen und wir reden über 55, die von der Europäischen Union kommen und 82,5 Millionen von der Freien und Hansestadt Hamburg. Hier wird Geld sehr sinnvoll, sehr zukunftsweisend eingesetzt, finde ich. Und ich möchte einmal die Gelegenheit nutzen, ähnliche Projekte, mit denen es bestimmt Überschneidungen zu Ihnen beiden gibt, im ESF zu erwähnen. Wir haben einmal den Chancengenerator noch, der sich um berufliche Perspektiven kümmert, auch für Menschen, junge Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Dann gibt es Working Experience mit Sprach- und Betriebstraining. Ich weiß nicht, ob Ihnen das vertraut ist, aber ein Projekt, das also aus dem Ausland eingewanderte Fachkräfte, potenzielle Fachkräfte unterstützt, mit Sprachtrainings, aber auch mit Betriebspraktika, so ganz Hands-on, wie man heute ja sagt, und Pro Exzellentia Plus. Über das Projekt haben wir schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht in den früheren Staffeln. Und da geht es um hochqualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Doktorandinnen, Postdoktorinnen. Also tatsächlich Fokus auf weibliche, hochqualifizierte Frauen, die in Führungspositionen kommen möchten. Zum Teil mit Überschneidungen zu ihren Themengebieten, zum Teil auch nicht. Aber wir sehen, es gibt starke Projekte, die ESF gefördert sind. Und die Menschen in den Fokus nehmen, die zu uns kommen, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Sei es Umzug, sei es eine dramatische Fluchtgeschichte. Und ich möchte noch einen Hinweis loswerden, nämlich auf der Seite esf-hamburg.de gibt es einen tollen Film mit Biografien, mit Menschen, an denen wir ansehen können, was tatsächlich eine ESF-Förderung mit ihnen gemacht hat. Und das ist ein junger Mann, der mit einem migrantischen Hintergrund kommt und Hafenschiffer wird. Und als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das würde ich mir zum Beispiel nicht zutrauen, eine Ausbildung zum Hafenschiffer zu machen, mit Deutschkenntnissen, die am Anfang seiner beruflichen Laufbahn mit Sicherheit so nicht vorhanden waren. Jetzt steht er da und strahlt in die Kamera. Es ist wirklich sehr bewegend und beeindruckend. Bringt mich dazu, Sie nach Ihren tollen Beispielen zu fragen, die Sie besonders bewegen, Frau Vogels. Haben Sie eins zu sagen, ja, daran muss ich immer denken. Und das bewegt mich so, dass ich das einfach auf Jahre hinaus immer wieder gerne mache. Ja, also ich bin schon etwas länger dabei. Und es ist ja eine sehr herausfordernde Arbeit, das muss man ganz klar sagen. Und wenn es genau nicht diese ganzen persönlichen Erfolgsbeispiele gäbe, also diese Menschen, die man ja direkt wirklich noch vor Augen hat und weiß, ja, das hat wirklich Sinn gemacht, dass es diese Projekte gibt, dass es auch immer wieder diese Mühsalen, die mit Projektförderung verbunden sind, dass man die so auf sich nimmt, alle, die daran beteiligt sind. Und jetzt aktuell in dem auf guten Grund vielleicht zwei Beispiele, weil es ja zwei Träger sind, die das sozusagen da auch mit anbieten. Bei Verikom eben aus dem Angebot eben dieser Lernwerkstätten, die ich schon erwähnt hatte, da war es eine Frau, die aus dem Irak kam oder kommt und hier noch mit einer Aufenthaltsgestattung lebt. Und die hat fünf Jahre Schulbildung hinter sich, mehrere Kinder, wovon eins eben schwer behindert ist. Und da ging es einfach darum, die war aber hochmotiviert, die wollte jetzt endlich unbedingt auch mal wieder was für sich tun. Und da ging es ganz stark darum, sozusagen diese beiden Schienen, also die familiäre Belastung sozusagen und ihre eigene berufliche Entwicklung sozusagen in den Blick zu nehmen. Und wie kann man das eben sozusagen zeitgleich daran arbeiten? Und das heißt also, in dieser Lernwerkstatt hatte sie dann mal so einen Zeitraum für sich, hat dann eben in der begleitenden Beratung, wurde sie dann eben weitervermittelt mit ihrem Kind an einem Angebot der Lebenshilfe, um da einfach eine Entlastung zu bekommen, was die Versorgung anging. Und für sich selbst eben wurde sie in die Abendschule vermittelt, eben um den ersten Schulabschluss zu erwerben. Und da ist sie jetzt drin und dran und ist fest entschlossen, das zu machen. Also das ist einfach immer schön, wenn man weiß, dass die Leute wirklich dann erst mal einen guten Anfang bekommen haben durch das Projekt und die nötige Motivation und Unterstützung, um dann weitermachen zu können. Und das ist das eine Beispiel. Und bei Basis und Woge, da ist es eben ein junger Mann aus Marokko, der jetzt 21 ist oder zu Beginn seiner Ausbildung 21 war, der aber vorher elf Jahre hier schon war in Deutschland, also durchaus auch das deutsche Bildungssystem noch in Teilen mit durchlaufen hat, aber ohne Schulabschluss abgeschlossen, lebt hier mit einer Duldung und lebte hier auch mit einem Arbeitsverbot. Also da ist dann eben ganz oft in anderen Förderstrukturen Schluss. Dann wurde eben genau das, was ich vorher schon beschrieben habe, eben zeitgleich bearbeitet. Also gibt es eine Chance darauf, dieses Arbeitsverbot aufzuheben? Und es ging eben um das Thema Identitätsklärung. Passbeschaffung. Und gibt es gleichzeitig, welche Möglichkeiten gibt es für ihn, hier beruflich einzusteigen? Und es ging dann über mehrere Betriebskontakte. Also das Berufscoaching hat eben dann ergeben, ja, Tiefbau wäre sowas, was er sich vorstellen könnte. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt, weil das definitiv ein Bereich ist, wo gut gesucht wird. Fachkräfte machen. Also kräftige junge Männer sind heiß begehrt da. Und das waren trotzdem aber eine Menge Absagen, weil, wie gesagt, er hatte keinen Schulabschluss, Duldung und so weiter. Schwierig. Und man ist aber dran geblieben, er ist dran geblieben. Also der Berater hat dann mit ihm wirklich immer gemeinsam diese Betriebskontakte aufgenommen. zeitgleich eben Kontaktaufnahme mit der Ausländerbehörde. Und dann war irgendwann das nötige Vertrauen bei dem Mann da, dass er gesagt hat, okay, ich mache jetzt alles, um meine Identität zu klären. Und das hat dann zwei Tage vor Ausbildungsbeginn, hatte er den Pass durch das Konsulat erhalten, ist dann mit zur Ausländerbehörde marschiert und hat die sogenannte Ausbildungsduldung bekommen. Und damit eben jetzt eine Sicherung. Und im Sommer 23 schließt die Ausbildung ab und der Berater ist sehr optimistisch, dass er sie auch erfolgreich abschließen wird. Ja, toll. Das sind die Beispiele. Das sind so, wo man dann immer wieder denkt, ja, ich weiß warum. Ja, klar. Oder wir alle wissen, warum wir das machen. Ja, toll, ganz wunderbar. Frau Franziska, Sie haben jetzt tatsächlich im FLAX erst vor zwei Monaten die Geschäftsführung übernommen. Das heißt, ich würde jetzt fast vermuten, ohne was unterstellen zu wollen, so viele Erfolgsbeispiele haben Sie selber persönlich noch nicht begleitet. Aber Sie haben die Situation im Café eben geschildert, Ihre Beobachtungen. Was sind die Erfolgsbeispiele, die Ihnen vielleicht auch die Kolleginnen berichtet haben? Oder wo Sie sagen, so das ist es, das ist der Grund, warum wir hier am Start sind, warum wir VIA machen und warum wir auch zu Recht DSF-Förderung haben. Ja, die Frauen den ganzen Weg durch die Beratung und so begleitet, habe ich natürlich noch nicht. Machen Sie ja jetzt. Genau, mache ich jetzt. Und was ich tatsächlich, was dann auch VIA spezifisch ist, wir haben zwei Stockwerke, das Café ist unten und die VIA-Beratung ist oben im ersten Stock. Was ich total schön finde, ist Frauen, die dann auch einen Ausbildungsplatz oder tatsächlich auch einen Arbeitsplatz gefunden haben, die dann auch immer noch mal hochkommen und das der Beraterin erzählen und so. Und dann merkt man richtig so auch, dass auf diesem Flur dann auch so eine Stimmung ist, wo man denkt so, ja, das hat wieder geklappt so. Und das habe ich tatsächlich schon, habe ich mehrere Situationen jetzt schon erlebt, wo Frauen kamen und davon berichteten, dass das jetzt alles so läuft, dass sie einen Vertrag unterschrieben haben, dass sie den noch mal vorzeigen wollten oder so. Oder eine kam dann mit dem Baby und dem Arbeitsvertrag. Genau, aber da laufen natürlich viele Prozesse auch noch. Das ist ja vor allem Zeugnis davon, dass tatsächlich eine gute Bindung stattfindet, dass ein Vertrauen da ist, dass nicht die Frauen hinterher sagen, okay, Haken dran, Tschüssikowski, sondern sie wollen auch den Erfolg teilen. Ja, das mit Sicherheit, genau. Das merkt man auch in den Beratungsgesprächen schon, dass da ein Draht da ist und einfach ein gutes Miteinander ist, dass die sich nicht den Eindruck haben, das ist jetzt hier mein Pflichttermin, den ich machen muss, sondern das merkt man schon, dass die kommen, weil sie eben auch die Beratung wollen und weil dann eben auch ein Vertrauen zu der Beraterin entsteht und sie da einfach auch ehrlich sein können und auch mal sagen können, was sie eigentlich, abseits von allen Hinderungsgründen, irgendwelchen fehlenden Papieren und kleinen Kindern und was weiß ich, was man alles so im familiären Umfeld vielleicht auch noch so hat, einfach auch mit dieser Beraterin mal besprechen können, was sie selber eigentlich wollen und dann eben zu sagen, okay, und was kann man dafür tun, kann das funktionieren, welche Schritte muss man dafür gehen? Ein Begriff, der mir gerade einfällt, ist Female Empowerment. Das ist so heute ein Begriff, der manchmal überstrapaziert wird, aber ich finde in Ihrem Fall passt der ganz hervorragend. Ich möchte noch einen Punkt, Frau Vogels, mit Ihnen besprechen. Und zwar, Sie haben jetzt den Verbund selber schon erklärt und angesprochen, Basis und Woge e.V. und Verikom GGMBH jetzt auch und Passage GGMBH, also gemeinnützige GmbHs. In unserer ersten Folge der diesjährigen Staffel hat Burkhard Strunk hier aus der Sozialbehörde und als ESF, Mr. ESF, wie ich ihn immer salopp nenne, erklärt, wie klug das ist, dass kleinere Träger schauen, Kompetenzen zu bündeln und sich eben zusammenschließen für eine ESF-Förderung. Warum hat sich das für Sie so bewährt? Ich würde es gerne einmal am Beispiel noch mal erklären, warum ist es sinnvoll zu sagen, ihr macht das, ihr macht das und wir machen das und nicht einer guckt, dass er irgendwie alles aus einer Hand anbieten kann? Ja, also unser Projekt heißt ja auf gutem Grund und geht dann weiter mit Bildung und Beruf am Fluchtort Hamburg und das ist bewusst so gewählt, weil die Passage seit gut 20 Jahren Netzwerke mit dem Oberbegriff Fluchtort Hamburg koordiniert und das sind immer Projekt- und Trägerverbünde und wir haben jetzt dank der Förderung durch den Hamburger ESF und die Sozialbehörde wirklich schon seit einer ganzen Weile das enorme Glück, dass wir sowohl über den Bund als auch über das Land, sozusagen über den ESF, diese Projektverbünde koordinieren und umsetzen können und das war von Anfang an ganz klar, also am Anfang war das ja ein hochpolitisches, sehr Experimentierfeld, also da waren die Gruppe, über die wir jetzt sprechen, mit absoluten Arbeitsverboten belegt, da musste eine Menge gekämpft werden und das war ganz klar, diesen Kampf schafft man nicht alleine, da braucht man sehr viele und auch breite Schultern. Aus dieser Erkenntnis ist eigentlich bis heute da, dass wir wissen, wir schaffen es besser zu mehreren und wir haben ein gutes Netzwerk hier mit sehr vertrauensvollen Zusammenarbeiten und das geht ja auch weit über die konkreten Verbünde hinaus, mit Vericom und Basis und Woga verbindet uns einfach eine wirklich jetzt schon mehr als 20-jährige Kooperation, das ist also, hat einen hohen Wert und aber auch mit den anderen Trägern und auch mit dem Netzwerk darüber hinaus, also man muss ganz klar sagen, diese Arbeit kann man eigentlich nur leisten, wenn man weiß, wie viele Menschen sich hier in der Stadt mit sehr vielen unterschiedlichen Angeboten, einige sind eben angesiedelt und ja auch zentral und wichtig in der Regelförderung und andere, die eben so dann auch nochmal spezifischer Dinge aufgreifen können, die eben über die Regelförderung nicht oder nicht ausreichend bedient werden können und das ist eigentlich so, dass wir sagen, ja, dieses Netzwerk braucht es und bei all den Schwierigkeiten, die das manchmal mit sich bringt, ist es eben einfach ein unheimlicher Gewinn. Großartig, das war mir wichtig, dass einmal nochmal ein Praxisbeispiel folgt zu dem, was wir vorher in der Theorie besprochen haben, dafür danke ich Ihnen. Frau Trunzeska, jetzt komme ich nochmal abschließend zu Ihnen, weil wir erklärt haben, Sie kommen vom Flax, was hat eigentlich das Haus davon, dass Sie das Projekt beheimaten sozusagen? Befruchtet sich das gegenseitig, will ich damit herausfinden? Ja, auf jeden Fall, also das Flax ist eben ein Zentrum für Frauen, von Frauen für Frauen, wo sich Frauen gegenseitig unterstützen, beraten, aber auch kennenlernen können, Freundschaften entstehen und alles, was man sich so wünscht. Ja, wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, wie Frauen auch zu wir kommen und das sind eben einige Frauen, die sowieso schon im Haus unterwegs sind, sind aber eben auch welche, die den Tipp kriegen von einer Freundin oder vom Jobcenter oder so, dass sie dort eine gute Beratung für die Arbeitsgeschichten bekommen können und die natürlich, wenn sie ins Haus kommen, auch sehen, was dort noch alles passiert und auch gerade viele davon, denen sind Mütter, die dann die Mütterberatung auch in Anspruch nehmen oder die haben eine Sozialberatung auch, die nochmal beim Ausfüllen von Formularen helfen kann oder manche sitzen gerne auch dann einfach im Café, also sowohl ist wir für manche der Öffener zu dem Haus als auch ist das Haus der Öffener für viele in das WIA-Projekt dann auch zu schauen. Das Gegenteil an der Einbahnstraße sozusagen. Super. Dann wünsche ich Ihnen beiden ganz viel Erfolg und ja, diese berührenden Erfolgserlebnisse vor allem in den Einzelbeispielen. Danke Ihnen sehr, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben. Es ist ein kleiner Einblick in die große und wichtige Arbeit, die Sie leisten. Dafür herzlichen Dank an Franziska Wuges von der Passage GGMBH, stellvertretend für alle, die auf gutem Grundbildung und Beruf am Fluchtort mitgestalten. Danke Ihnen und Dr. Ankantri Franziska für das Projekt WIA Wege in Arbeit für zugewanderte Frauen am Flachsen Altema. Herzlichen Dank. Wer mehr wissen möchte, ist wie immer eingeladen auf esf-hamburg.de im Internet nachzuschauen. Da finden Sie auch die beiden Projekte und können da nochmal nachlesen und einen Deep Dive sozusagen machen. Das wollte ich also unbedingt wie immer noch erwähnt haben. Und dann bitte auch nicht verpassen unsere beiden Sonderfolgen zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung den beiden Querschnittsthemen im ESF Plus. två und das ist das ンヌ ineffective ую 恉